Musik Trotz aller Schwierigkeiten lässt sich Igor Parfenov nicht davon abhalten, Filme zu machen. Wir treffen ihn auf dem Maidan und erleben einen Idealisten. Sein Film hat eine klare Botschaft. Und macht die Demonstranten zu Helden. Gemeinsam mit seiner Hauptdarstellerin ist Igor Parfenov extra aus dem Osten der Ukraine, aus Tscharkow gekommen. 15 Stunden mit dem Zug, um mit uns zu sprechen. Seinen Spielfilm, Es war einmal in der Ukraine, hat er vor echter Kulisse gedreht, während der Proteste. Einige Szenen wurden erst auf dem Maidan fertig geschrieben. Als es den ersten Toten gab, haben wir unser Drehbuch geändert und nun gab es auch im Film Todesfälle. Wir sind immer wieder hierher gekommen. Und je nachdem, was auf dem Maidan gerade passiert ist, haben wir unser Drehbuch angepasst. Was Igor Parfenov damals besonders beeindruckt hat, war der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Menschen. Das ging so weit, dass, als wir eine Szene mit Kunstblut hatten, weil unser Darsteller verletzt sein sollte, viele Menschen angerannt kamen, um ihm zu helfen. Wir konnten die Menschen kaum stoppen. Wir mussten die Szene nochmal drehen und den Menschen erklären, dass es nicht echt ist, sondern für einen Kinofilm. Sein Film erzählt die Geschichte von sieben Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen auf den Maidan kommen. Eine von ihnen ist eine junge Frau, die hier Zuflucht sucht, nachdem sie von einem korrupten Polizisten vergewaltigt wurde. Diese Frau spielt Ellens Lusaci. Die Dreharbeiten und das, was sie währenddessen gesehen und erlebt hat, lassen sie nicht los. Sie hat das Gefühl, bei einem historischen Ereignis dabei gewesen zu sein. Ich kann nicht sagen, dass mir schon ein Stein vom Herzen gefallen ist. Dass alles schon glücklich zu Ende ist. In der Realität bleibt vieles schwierig. Ja, der Maidan hat sein Ziel erreicht, aber die Ukraine kann noch nicht erleichtert aufatmen. In der Ukraine zeigt sich momentan, wie sehr Politik und Kultur zusammenhängen. Viele Projekte wurden abgebrochen und liegen brach. Dennoch, wir haben Menschen getroffen, die ihren Mut behalten haben. Und ihre Lust am Filmemachen. Wir sehen uns in Cottbus.